ja push mich einer hit ich gehe direkt hin alle das sind drei leute joseph doch trios spielen wirklich trios oder oder die spielen zu zweit also zu dritt muss der gleich wieder aufstehen der andere ist nicht irgendwo alter der andere noch rum doch was hat der cutwell flash hat habe ich mir genommen ich glaube der andere ist hier irgendwo aber nee kann nicht sein weil zwei bounties sind hier ja also könnte der aber vielleicht auch gleich wieder aufstehen weil er so los wenn wir einfach weggehen alter oder gesehen wo oben auf dem dach wieder sind wir noch ja müssen weiter weg gehen ja ich bin hier ein scheine boah junge er hat mich halt eben auch noch getroffen und gibt die die heilung wo die die guck die ganze zeit nur auf mich ja jetzt hat er kurz auf mich geschockt ich muss da hoch aufs dach joseph der ist gedroppt ja ich muss da trotzdem logisch auf flaschette mit cartwells perfekte ja 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 die sind auf deine seite gerannt ja ja blutet der eine aufpassen ich puste ihn laut der andere blutet glaube ich auch er ist da hinten dran für der Lunte